Ja, ich möchte etwas über den Tod sagen heute und zwar vor einem Jahr verstarb meine Mutter und wir durften das fünf Tage mit begleiten. Und dann diesen Prozess, wie der Körper dabei ist, sich zu verabschieden. Und wenn man sowas miterlebt, das ist eine unglaubliche Erfahrung, das ist mit nichts zu vergleichen. Denn sterbende Menschen sind eine Sache, aber zu sehen, wenn Menschen von einem gehen, die einem sehr viel bedeutet haben, ist das eine ganz andere Liga. In diesen fünf Tagen konnte man sehr gut sehen, dass der Körper vollkommen automatisch funktioniert. Dass alles ein automatischer Ablauf ist und wir absolut nichts in der Hand haben. Bis zum letzten Atemzug, der dann irgendwann unweigerlich kommt. Und was bleibt dann? Und was bleibt dann? Es bleibt das, was jetzt auch ist. Ohne jede Vorstellung von irgendetwas. Einfach nur diese Präsenz. Sonst nichts. Alles andere ist nur eine Überlagerung des Minds. Der glaubt, eine Person zu sein. Und er sich dies und das vorstellt. Das ist alles. So etwas wie Tod oder Geburt gibt es überhaupt gar nicht. So etwas wie Tod. Und das ist alles. So etwas wie Tod.